Unter dieser Brücke wollten wir als erstes schlafen, aber das könnte ja sein, dass hier Überschwemmung kommt. Gut, dieses Mal kam keine Überschwemmung, aber ich glaube, wenn wir da gepennt hätten, dann würde bestimmt eine Überschwemmung kommen. Aber so richtig, so richtig urplötzlich wie in Portugal. Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Es wird immer höher und das Wasser. Ich muss meinen Tab retten. Der ganze Tab ist nass. Ich glaube, meine Heringtasche ist irgendwie weggeflossen. Herr Goldmann versucht jetzt gerade, sein Dings abzubauen. Seine Hängematte. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Es müssen die ganzen Sachen hier eingepackt werden und mein ganzer Schlafsack ist schon wieder komplett durchnässt hier. Ich habe das erst gemerkt, wo das Wasser so langsam meinen Schlafsack berührt hat. Und dann wurde das sofort irgendwie so. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Guck mal, wir kommen ja von da ganz hinten. Und das ist hier alles voll komplett. Wie viel da weggerissen wird? Alles, ne? Ja. Als wenn ein Gletscher weggeflogen wäre.